Hey, willkommen bei der Anmoderation. Hey, Leute, wir malen dem Herr Hodes jetzt einen Hitler-Bad. Machen wir nicht. Die Leute sollen alle denken, oh Herr Hodes, der hat ein ganz ganz tolles Zimmer. So, das war jetzt das Gamescom-Ansage-Video. Das war's. Finito, Schluss jetzt. Ne, was wollten wir denn ansagen? Ich wollte ansagen, dass wir auf jeden Fall zwischen Halle 5 und 6 sind. Ich blende das hier mal kurz ein. Geht dir bestimmt ähnlich, weil du übelst nahe ranzoomst, du Spaß. Warte, ich mal dir jetzt einen Hitler-Bad hier auf die Linse. Zwischen Halle 5 und 6 sind wir am Samstag, sprich morgen quasi. Und zwar um halb drei, weil um drei ist dann die krasse Präsentation bei Ubisoft, wo wir eventuell den Contest gewinnen, obwohl ich da nicht sehr viel Hoffnung habe. Filmst du bitte den Justin Bieber, der ist viel hübscher. Bitte einmal. Warte. Jetzt kriegt der Hodes einen Hitler-Bad. Außerdem haben wir hier so ein ganz tolles Kostüm, kommt im nächsten Video, hat der Hodes ganz schön gemacht. Ne, 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 das war viel zu viel, man hat viel zu viel gesehen. Jetzt kriegt der Hodes einen Hitler-Bad. Ja, wir sind außerdem auch Sonntag, sind wir einfach auch mal angesagt, jetzt halb drei zwischen den beiden Hallen. Vielleicht ändert sich noch was, das posten wir dann auf Facebook, kann ja auch sein. Guckt da halt nach. Und Freitagabend um acht vorm Dom, bei diesem komischen Bogen da. Ist das Justin Bieber gerade? Zeig das bitte einmal. Ich sehe echt gut aus. Machen wir den Selfie-Modus. Ne, ich, ich, ich. Warte, ich, ich. Gib mir das. Gib mir das. Nicht ein Alles. Bist du normal, oder was? Jetzt gibt es Beef, jetzt gibt es Beef. Jetzt gibt es Beef. Gib mir das. Warte, nicht ein Alles. Bist du normal, oder was? Oh, oh, oh. Gib mir das. So rum. Oh, Hilfe. Ich habe jetzt alles. Hilfe, Hilfe. Ich habe hier eine versteckte Klinge. Mit der malen wir jetzt. Herr Rudd ist ein Hitlerbart an. Gib mir das. Nicht eins, alles. Mixed Movement auf jeden Fall soll kommen. Der Dahaka. Ja, auf jeden Fall kommt alle ganz zahlreich. Die ganzen Nomashs und Philipp B's und ganzen Dahakas. Dions und Nions. Die kommen alle nicht, aber vielleicht haben wir ja neue Leute kennen und wir machen ganz viel Sex mit euch. Kommt Phantom Zero? Sprecht uns an, wir machen ganz viel Sex. Kommt Phantom Zero? Glaubt nicht. Diese schöne Augen. Du bist jetzt ein Hitlerbart, Alter. Ne, jetzt wirklich mal. Ne, jetzt macht es Spaß. Das ist nicht lustig. Nächster ein, alles. Nein. Das möchte ich nicht. Das ist so eine Verschwendung vom Speicherplatz, was hier gerade passiert. Ja, riech mal dran, riech mal dran. Riecht ja gut. Riecht ja gut. Willst du den dauerhaft unter deiner Nase haben und dran schnüffeln können? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall, trefft uns auf der Gamescom oder in Köln. Ihr werdet uns erkennen daran, dass wir ganz viele Frauen belästigen. Wir sind die Leute, die... Hier habe ich übrigens die Nostarafunin, ja. Ja, wir freuen uns ganz doll, euch zu sehen. Soll das echt mal auf eine Kinderschokolade. Ich? Ja. Warte nur jetzt als Thumbnail und machst eine Kinderschokolade hin. Okay. Was machen wir dran? Mein Autogramm. Wo denn? Na, hier über dem... Läuftsauber, jung, bester Mann. Besuchen wir den eigentlich wieder. Weiß ich nicht. Für alle, die dieses Video hier vielleicht ein bisschen zu trocken finden, hier ein kleiner Spoiler fürs nächste Video. Das war ganz toll jetzt gewesen. Oh, war das ein Spoiler. Ganz toll. Was für ein Video? Oh, ne. The Last of Us. Hast du es nicht gerade gesehen? Hast du es nicht gerade gesehen? Ich bin der Einzige, der The Last of Us ins Video einblenden kann. Und ja, letztes Video Max Payne könnt ihr auch nochmal gucken, gell? Das ist dann... Das ist aber... Das ist aber... Naja, das ist halt ziemlich fremdscham. Ey, das ist jetzt der Speicher schon folgen. Das ist ziemlich fremdscham. Das ist ziemlich fremdscham. Max Payne ist ziemlich fremdscham. Ekelhaft, ey. Das kann man sich nicht anhalten. Ich hab mich da so fremdgeschehen. Dann muss man das mal runterscrollen zu den Kommentaren, weil... Oh, ist das eklig. Wirklich. Da quinsche ich so. Da quinsche ich ganz doll. Da gehe ich zu Reddit, quinsch und da poste ich das jetzt rein. Da gehe ich jetzt hin. So machen wir das. Schluss jetzt.